Es war fast wie in alten Zeiten, mit einem strahlenden Lächeln verzauberte Prinzessin Kate am Samstag an der Seite ihrer Familie auf dem Palastbalkon. Jetzt verriet ein Palast-Insider die überraschenden Hintergründe der royalen Rückkehr. Im weißen Kleid mit schwarzen Akzenten, Hut, Schleife und bezauberndem Lächeln zeigte sich Prinzessin Kate bei der jährlichen Trooping-de-Color-Geburtstagsparade für König Charles III. In London. Ganz so, als hätte es ihre schockierende Krebsdiagnose nie gegeben. Die Teilnahme der Prinzessin war dabei die größte Überraschung des Tages, war sie doch seit fast einem halben Jahr nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. Jetzt, als England seinen König feierte, wollte Kate wohl nicht mehr verzichten und entschied mitzukommen. Es war buchstäblich eine Last-Minute-Entscheidung der Herzogin, sagt ein Palast-Insider gegenüber Bild. Und nicht nur das, die 42-Jährige soll diese Entscheidung am späten Donnerstagnachmittag ganz allein und vor allem ohne Druck des Palastes getroffen haben. Die Reaktion der restlichen Royals sei euphorisch gewesen. Es wird vermutet, dass Kate den Termin bewusst wählte, um die Stärke und Wichtigkeit ihrer Familie zu symbolisieren. Außerdem mussten ihre Kinder so nicht allein in der Kutsche vom Buckingham-Palast zum Paradeplatz sitzen. Prinzessin Kate, hinter dem Lächeln wirkt sie zerbrechlich so. Ein öffentliches Comeback ist natürlich bei all dem Lächeln und Winken nicht nur erfreulich, sondern auch anstrengend. Punkt dem Palast-Insider zufolge schaute sich Kate die Parade zwar von einem Fenster aus an, konnte aber nicht lang stehen und musste sich setzen. Fast schon ein Skandal im Königshaus, immerhin wird die Parade seit rund 230 Jahren im Stehen verfolgt. Kate wirkte zerbrechlich, erklärte die Quelle. Nur für ihre Kinder sei sie über immer vollumfänglich da gewesen, habe die sehr aufgeregte Charlotte mit einem sanften Streicheln durchs Haar beruhigt und den verspielten Louis ermahnt, die Gardinenschnur in Ruhe zu lassen. Derartige Gisten erinnern Palastmitarbeiter häufig an Prinzessin Donner, die bei förmlichen Anlässen auch stets das Wohl ihrer Kinder beachtete, bevor sie sich royalen Protokollen beugte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017